Also, hier ist unser letzter Franchini-Setter, der Sir im Katzentest und ja, draußen die Katze, die sich bewegt hat, da war er ein bisschen interessiert, aber hier ist die Katze, die liegt nur da und schreit maximal und er schaut sie wohl an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas tut, er ist halt vielleicht nur interessiert an ihr, aber wenn er die Katze kennt, dann bin ich sicher, eine Katze im eigenen Haushalt ist etwas, was er absolut akzeptieren wird und wirklich keine Probleme machen wird. Katzen draußen sind natürlich dann wieder ein anderes Thema, das gibt es alles. So, ja so ein wunderschöner Hund, der bis jetzt noch keine Anfrage gehabt, nicht nur schön, sondern auch wirklich sehr, sehr lieb und ganz freundlich und ja. Oh, Spazi, ja weißt du, das ist ja eine Katze, ja sowas, das ist ja eine Katze, ja, kennst du mich? Kennst du keine Katzen? Hm? Kennst du keine Katzen? Ja, so ein lieber. Wirklich ein wunderschöner Hund ist das. Leider bis jetzt noch keine Anfrage, aber vielleicht hilft ihm ja der Katzentest auf ein warmes Sofa-Kissen. Hm? Ja sowas? Ja, schau. Ja, also mehr Interesse hat er das. Nochmal, wie die Katze. Fala Morvere Laga, Elgata. Schauen wir mal, ob sich bewegt die Katze, ob er dann mehr interessiert ist. Genau. Also wie gesagt, eine hundeerfahrene Katze, die weiß das zu handeln und er wird dir sicher nichts machen, gell? Spazi. Hier. Wirklichkeit. Vielen Dank.